Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Princess Peach. Im letzten Part ging es los mit den Extra-Leveln hier aus diesem Spiel. Genauer gesagt, in den ersten drei Welten, dort mit allen Extra-Leveln, also im letzten Part, haben wir schon sage und schreibe einen neuen Level geschafft. Und in diesem Part soll es jetzt dann mit den nächsten Extra-Leveln weitergehen, denn ich hab mir wirklich gedacht, dass ich ganz gerne zuerst alle Extra-Level abschließen will und dass ich danach dann erst noch das ganze Bonus-Zeug euch zeige. Deswegen jetzt dann geht's erstmal weiter hier in Welt 4 und dann dort mit den drei Extra-Leveln. Und dann Welt 5 schaffen wir bestimmt auch noch und Welt 6 vielleicht sogar auch schon, mal gucken. Aber jetzt geht's dann erstmal los. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie lang dann jetzt hier die Extra-Level hier in Welt 4 und auch Welt 5 dann so sein werden, ob wir noch die sechste Welt dann auch in diesem Part schaffen können oder halt schon damit zumindest anfangen können. Weil, ich meine, wir haben ja im letzten Part auf jeden Fall gemerkt, dass die Extra-Level auf jeden Fall nicht so mega lang sind, ganz klar. Aber trotzdem, verdammt, aber trotzdem hat man doch schon in der Länge eine steigende Tendenz sehen können, sage ich jetzt mal, weil die insgesamt 6 Extra-Level aus den ersten beiden Welten waren jetzt dann eigentlich doch immer, oder halt auf jeden Fall wirklich Extremkurs, kann man sogar sagen. Aber dann in Welt, verdammt, aber dann in Welt 3 ging es damit los, dass dann die Extra-Level schon auch etwas länger wurden. Vor allem das erste Extra-Level aus Welt 3 war halt ziemlich lang. Und wenn jetzt halt hier, verdammt, wenn jetzt halt hier dann in Welt 4 die auch wieder ähnlich lang werden, dann schaffen wir vielleicht Welt 6 nicht mehr, aber wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall ist das hier schon gar nicht mal so einfach, weil ich mich ständig von irgendwas treffen lasse, weil hier überall die Hotheads im Weg waren und nicht in den Laber zu springen war auch nicht so einfach. Deswegen schon mal kein so leichter Auftakt hier in die Extra-Level von Welt 4. Aber finde ich auch gut so, da ich natürlich da auch dann die Schwierigkeit sehr begrüße. Deswegen, ich freue mich da drüber, ganz klar. Aber trotzdem werde ich natürlich immer noch versuchen, auch immer relativ schnell durch die Level hier hindurch zu kommen, und da es eben auch nicht so viel zu erkunden, das sieht auch zu cool aus hier, da es eben auch nicht so viel zu erkunden gibt und da uns Münzen und sowas eh nichts mehr bringen, verdammt, aber ich springe mal in die Gegner eigentlich rein, da kann es Münzen eh nicht mehr so viel bringen, da ich am Laden mir schon alles mögliche gekauft habe und ich habe eh noch voll viel Geld auch übrig, also noch über 6.000 Münzen. Deswegen, ich brauche dann nicht mehr unbedingt mehr erstmal. Das hat jetzt mal der zweite Raum. Und hier ist der dritte und da kann ich wieder was finden, ne? Was dann wahrscheinlich schon zu bedeuten hat, dass dann das hier bereits, ähm... Okay, da komme ich auch schon so durch. Ich gehe mal trotzdem nach oben. Was dann wahrscheinlich zu bedeuten hat, dass dann das hier schon der letzte Raum wieder sein wird, weil bisher war es ja wirklich ausnahmslos in jedem Extra-Level so, ähm, zumindest interessant, was ja immer so, dass man immer ganz am Ende dann noch das Item finden konnte, kurz vor dem Ziel. Und diese komischen Blöcke hier, die entweder horizontal oder vertikal Feuer rausschießen können, die haben wir sogar zuvor noch gar nie gesehen, stimmt's, oder? Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass ich die schon mal irgendwie in Welt 4 oder auch sonst wo hier in dem Spiel, verdammt, oder auch sonst wo ich hier in dem Spiel irgendwie gesehen habe. Deswegen, das sind dann sogar komplett neue Gegner oder komplett neue Hindernisse, wie auch immer, die dann hier, die sich noch extra für die Extra-Level halt haben einfallen lassen. Das ist ziemlich cool, wie ich finde. So, ich gehe erstmal den unteren Weg entlang. Okay, wir sollen den Block hier aktivieren. Ähm, okay. Verdammt, naja, nach oben fliegen, bitte. Das war halt, Steady-Pair am besten hier dann kurz abkürzen. Und dann mal nicht einfach so nach oben fliegen. Und mit dem Schalter kommt man dann auch zum Puzzleteil hin. Alles klar. Yay. Puzzle-Haar Teil 19. Gut, und ich höre schon das Ziel. Und ich sehe es auch. Mit all meinen Sinnen spüre ich es das Ziel. Und, yay. Obwohl ich da jetzt beim Ziel eigentlich auch nicht mehr wirklich unbedingt immer nach dem Stern gehen muss. Das habe ich ja ansonsten immer gemacht, um mal viele Münzen zu erhalten. Aber ich muss es jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Denn, wie gesagt, ich werde meine ganzen Münzen, die ich gesammelt habe, eh nicht mehr brauchen. Ähm, und dementsprechend kann ich dann das Ziel eigentlich einfach so abschließen. Aber ich mache es zu Ratzen immer ganz gerne, den Stern zu erhalten. Einfach so halt, weil es irgendwie Spaß macht. Deswegen mache ich es dann vielleicht auch noch so weiter. Mal gucken. Ist dann besser, dass wir da kurz heilen, weil ich halt jetzt doch gerade eben auch schon einiges an Schaden genommen habe. Komme ich da irgendwo hin? Ja, schon. Und zwar zu weiteren Münzen anscheinend, die mir nichts bringen, aber ich kann es mal trotzdem kurz machen. Ah, ne, ein Schalter ist auch hier. Siehst du mal. Also, ah, okay. Das war sogar von Nöten, das zu machen. Weil ich wäre nämlich anders gar nicht weitergekommen. Das ist kein Bonus oder sowas. Ähm, sondern ich muss es machen, um dann überhaupt das Level abschließen zu können, dass ich mit dem Ballon nach oben fliege. Okay. Aber wenigstens respawnt der Ballon auch immer. Das wäre ein bisschen fies, wenn der dann irgendwie weg wäre und ich dann mein ganzes Gemüt hergeben müsste, um dann nach oben zu kommen. Aber nee, ist es so, dass es dir immer wieder kommt. Das ist übrigens sehr knapp hier. Dass es immer wieder kommt und dass ich dementsprechend dann auch immer neue Chancen habe, noch da irgendwie nach oben zu kommen. Das passt also dann ganz gut. So, und weitere Münzen, weitere Gemüskristalle und Herzen, alles mögliche, was man wie gesagt eigentlich dann eher egal sein kann. Und weiter geht's. Oh Gott, und wieder sowas hier. Okay, hier will ich auf jeden Fall dann mal ein bisschen diesen blöden Staub hier wegmachen. Oder was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Weil ich ja ansonsten hier ein bisschen Schaden nehmen würde. Und Schaden nehmen ist nicht so toll. Deswegen mach dann den doch immer ein bisschen weg auf jeden Fall. So, erstmal durch euch hier durch und jetzt mal wieder da ein bisschen wegmachen, würde ich sagen. Hier direkt vor diesem kleinen Gemüskristall. Und auch wieder bei diesen komischen Blöcken, die wie gesagt, glaube ich, verdammt, glaube ich komplett neu sind. Und die wir halt ansonsten noch nirgendwo im Spielverlauf gesehen haben. Was ich halt echt interessant finde. Und das haben wir auch schon wieder dann wahrscheinlich im letzten Raum des Levels, wo ich dann wieder ein Puzzleteil wahrscheinlich finden kann. Mal gucken. Okay, müssen irgendeine Röhre. Okay, also da oben ist das Ziel. Okay, komm ich da jetzt zum Ziel? Ja. Okay, und da ist ein Puzzleteil. Oder halt das Puzzleteil. Alles klar. Und wenn die Röhren da wirklich auch gerade verbunden sind, dann dürfte es die sein. Heiß sie aber nicht. Okay, also ich mach da dann eventuell Kurven oder so. Das ist ja fies. Okay, dann muss ich jetzt einfach ein bisschen austesten einfach die hier. Die schickt mich da hin. Interessant. Die da? Ne, da komme ich aber wenigstens zum Münzen. Was mir wie gesagt nichts mehr bringt, aber trotzdem ist okay. Aber ich würde es ganz gerne noch da das Puzzleteil irgendwie finden wollen. Ähm. Dann muss es die sein. Das ist, glaube ich, die letzte, die ich noch nicht überprüft habe, oder? Ähm. Jetzt vielleicht? Ah, sehr schön. Und da komme ich da oben raus. Okay, alles klar. Yay. Also nochmal hier zum Ende so ein kleines Burn-Labyrinth, eigentlich eine ganz nette Idee, auch wie ich finde. Okay, alles klar. Und dann können wir auch das Level dann auch schon gleich abschließen. Und zwar wieder mal, auch wenn es egal ist, mit einem Stirn, wenn es geht. Yay. Gerade so. Der war's easy. Yippie. Und dann auch gleich das letzte extra Level hier aus Welt 4. Let's go. So, was muss man uns hier erwarten? Erstmal noch nichts arg besonderes. Erstmal hier ein bisschen Platform-Action. Was mich übrigens ein bisschen wundert, oh Gott, aber hier ein sehr weiter Spuren. Da werde ich auf jeden Fall dann auch den Gleitschirm brauchen, oder ich fliege halt rüber. Aber das wollen wir mit Gleitschirm bestimmt machen. Ähm. Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass wir jetzt bisher in den extra Level, glaube ich zumindest, noch keinen einzigen Scrolling-Abschnitt hatten. Oder hatten wir das schon mal einen? Ähm. Ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicht dran erinnern. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, weil, äh, auf jeden Fall, das hier ist gerade eine neue Aufnahme-Session, die ich gerade hier mache. Deswegen, dass ich den letzten Part aufgenommen habe, ist schon wieder jetzt ein paar Tage her. Deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, ob wir im letzten Part dann vielleicht einen Scrolling-Abschnitt hatten. Aber ich glaube nicht. Und selbst wenn, dann war es nur einer oder zwei oder sowas höchstens. Aber auf jeden Fall nicht viele. Und das wundert mich eigentlich, weil ja Scrolling-Abschnitte schon immer ziemlich schwierig oftmals sind. Auch schwieriger finde ich im Allgemeinen, als wenn ich halt keinen Scrolling-Abschnitt habe, als wenn ich halt selber die Geschwindigkeit des Bildschirms bestimmen darf. Und da halt die extra Level schon sehr stark auf Schwierigkeit ausgelegt sind, wundert mich das eben, dass wir da bisher dann nur so wenige oder auch wirklich gar keinen hatten. Weil, äh, eigentlich würde ich schon vermuten, dass dann eventuell noch ein paar Scrolling-Abschnitte dann hier noch kommen werden. Okay, hier mit Feuer, ja. Dass ein paar von denen noch kommen werden, äh, weil die eben immer im Allgemeinen, finde ich, schwieriger sind als normale Abschnitte. Aber okay. Und da ist auch schon das Puzzleteil. Das scheint wirklich ein ziemlich kurzes Level hier zu sein. Weil jetzt dann gleich ja schon das Ende eigentlich kommen müsste. Weil die Puzzleteile sind ja immer ganz am Ende, äh, zu finden. Bisher war es auf jeden Fall der Fall. Und hier dürfte es dann nicht anders sein, schätze ich mal. So. Ah, da ist auch schon wieder. Okay, das war wirklich, das war sogar vielleicht das kürzeste Level bisher so ungefähr. Das ging echt total schnell. Yay! Und damit haben wir jetzt in acht Minuten ziemlich genau. Dann ist die ersten drei Level hier schon wieder abgeschlossen. Geht wirklich super schnell. Und dann machen wir auch gleich weiter mit der fünften Welt. So, mit dem Wellen-Island. Und dann auch dort den extra Level. Gleich ohne Umschweifel geht es weiter, würde ich sagen, mit dann Level 57. Let's go! So. Und dann wieder hier mit ein bisschen chilliger Musik. Aber trotzdem gibt es blütende Pickelkäfer und riesen Kugelwillis, die auf mich angestimmt kommen. Also obwohl die Musik es hier einen ganz chillig macht, äh, ist auf jeden Fall so, dass durch die Gegner das nicht so wirklich chillig wirkt alles hier. Aber ich werde schon trotzdem irgendwie hier vorbeikommen. Wenigstens sind es keine blütenden Kugelwillis, die so ultra schnell sind. Aber bei denen kann man auch, wie ich finde, halbwegs gut ausweilen, da man die eben noch rechtzeitig ganz gut erkennen kann. Was bei den Schnellen jetzt nicht unbedingt gilt. Okay, das wollte ich irgendwie oben entlang gehen. Ich will mal sogar kurz gucken. Ui, wo ich da oben hinkommen kann. Äh, okay, irgendwie hier. Einfach so. Komme ich da jetzt noch hin? Äh, gerade so. Und wie soll man da drauf kommen, dass man jetzt hier nach oben gehen kann? Außer man sieht es halt am Ende. Aber gab es da irgendwie ein anderes Anzeichen noch dafür, dass man hier hingehen konnte? Hm, keine Ahnung. Übrigens, meine Gemütsleiste ist eigentlich ziemlich leer, finde ich. Aber ich darf meine Fähigkeiten noch einsetzen. Deswegen, ich habe anscheinend noch minimal Gemüt irgendwie. Aber halt nur ganz, ganz wenig. Ich lasse es mal so. Okay, wir lassen wieder dann hier einen Unterwasserabschnitt. Alles klar. Wo ich dann auch mal wieder versuchen werde, äh, dann nicht die Gegner abzuschießen, sondern einfach ihnen auszuweichen. Da das ja, wie gesagt, mit dem Mikro ein bisschen blöd für mich hier in der Aufnahme ist. Deswegen, ich lasse da mal. Außer ich muss es machen wie da zum Beispiel. Hier ist aber nur Bonus, oder? Da rechts. Ähm, oder? Da ist jetzt die Frage, was denn jetzt hier Bonus ist und was nicht. Aber ich meine, wir fahren, oder wir schwimmen jetzt schon ziemlich lang hier diesen Weg hier. Okay, und da unten komme ich nur zum Münzen, wie wir hier sehen können. Genau. Deswegen, ihr habt dann nach oben zu gehen, ist dann definitiv der richtige Weg. Ähm, passt das alles. Hier sind auch wieder nur Münzen, die mir auch egal sind. Und bitte, gehst du weg, bitte weg. Okay, nämlich halt ein bisschen Schaden. Aber ich komme hauptsächlich hier durch, das ist das Wichtigste. So. Und dann leichter flauschen mit der Enten. Genau. Okay. Und dann können wir hier auch schon was finden. Da oben schwebt Treibstand in der Luft. Alles klar. Und da darf ich wieder nicht nach oben fliegen, aber ich meine, ich habe eh kein Gemüt mehr. Ich muss vielleicht dann wieder mal das Trampolin nach unten holen. Das finde ich nämlich an den Extra-Levelern eigentlich auch ganz cool, dass man hier die ganzen verschiedenen Fähigkeiten, äh, oder, äh, halt auf jeden Fall die ganzen Fähigkeiten von Parry, die man so erlernen kann, dass man sich die halt, ähm, oder auf jeden Fall, dass man die halt braucht, dann für die Extra-Level immer weiterkommen zu können. Weil ich habe da, glaube ich, keine andere Möglichkeit, als halt mit einer Stampfattacke das Trampolin nach unten zu holen. Oder? Ich glaube nicht wirklich. Oder ich denke, Leitschirm haben wir auch schon häufiger mal gebraucht, deswegen, das finde ich ganz cool, dass man dann wirklich dazu genötigt wird, so ein bisschen, dann hier auch die Fähigkeiten von Parry zu besitzen. So, und da oben? Okay, das sind nur Münzen. Ich dachte jetzt vielleicht, dass da das Puzzleteil wäre. Aber nee, das sind nur Münzen. Aber ist auch okay. So, schnell nach unten dann bitte. Aber ich kann nicht schneller nach unten als so. Das ist die schnellste Geschwindigkeit, wie sie sinken kann, leider. Okay. Aber dann gleich irgendwo müsste noch, wie gesagt, dann hier ein Puzzleteil kommen. Übrigens, was ja auch aufgefallen ist, ich kann das Trampolin schon direkt vor mir ablegen, wenn ich nämlich X drücke. Wenn ich B drücke, dann werfe ich es nach vorne. Wenn ich X drücke, dann lege ich es einfach direkt vor mir ab. Genau. Hui. So, dann Puzzleteilchen, wo bist du denn? Ich würde dich gerne finden wollen. Bist du vielleicht da oben? Das könnte sein. Er fliegt dann mal kurz nach oben, aber ich habe halt nicht mehr so viel Gemüt, leider. Ich hoffe, das reitet jetzt aus. Ja, sinkt schnell ab, aber ich komme nach oben. Ja. Und hier finde ich mehr Piranha-Pflanzen. Und das Puzzleteil. Und ja, ich muss es auch wirklich so machen, weil das waren auch wieder Blöcke, die ich halt auch nur dann durch die, oder halt durch diese Stamm-Attacke hier zerstören kann. Deswegen, wie gesagt, man braucht vor allem hier in den Extra-Level diese Stamm-Attacke ziemlich häufig, sowohl um halt die Level überhaupt abschließen zu können, aber vor allem auch für einige Puzzleteile braucht man dann diese Stamm-Attacke wirklich ziemlich häufig eben. Okay. Und? Stern. Yay. Gut. Dann haben wir auch schon wieder vier Level hier in diesem Part geschafft. Super. Und dann kommt auch gleich das fünfte. Let's go. Nehme ich Level 5, 8. So. Mit auch wieder sehr chilliger Musik. Und dann diesen Kanonen hier. Ich soll am Anfang wieder am besten mein Gemüt ein bisschen auffüllen. Gerade eben haben wir ja gesehen, dass das Gemüt dann doch ein bisschen eng wurde noch zum Ende hin. Deswegen, ich sollte dann doch immer darauf achten und wenn ich halt einsaugbare Gegner vor mir habe, soll ich die auch dann wirklich halt hernehmen dafür. Und diese fetten Stachelkugeln, die wir eigentlich... Oh, verdammt. Was mache ich halt für einen Scheiß? Die wir eigentlich nur in Borsos Festung vorgefunden haben, die kommen jetzt einfach mal auch hier am Strand vor. Fragt mich nicht, wieso die jetzt hier vorkommen, aber es ist auf jeden Fall so. Was soll ist. Und ich nehme viel Schaden. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt dann gleich. Ich sollte mich vielleicht auch heilen. Ich mache das mal kurz. Ja. So, jetzt auf den entlang jumpen oder wie? Ja, so ein bisschen sogar. Okay. Alles klar. Aber wie gesagt, dann erstmal eine Runde heilen und auch alle weiteren Gegner, die ich so finde, dann auch gleich wieder einsaugen, dass ich dann noch ein bisschen Gemüt auf jeden Fall übrig habe. Ja, das muss ich gar nicht mal. Ich kann die Piranha pflanzen sogar durch diese Attacke hier besiegen, wo ich die Gegner eigentlich aufnehme. Und dadurch werden die auch zerstört sogar. Weil auffressen kann ich die Piranha pflanzen, auf jeden Fall nicht die Großen. Aber ich kann sie dann damit auch zerstören. Das ist auch interessant, finde ich. Aber okay. Pokés kann ich ja nur so zerstören. Ähm. Weg mit dir. Sondern da unten sind auch wieder mal nur Münzenbeerschein. Nein, die haben nichts anderes. Okay. Aber nehmen wir uns auch kurz mit. Bringt mir das noch nicht mehr, wie gesagt. Aber trotzdem, passt schon. Weil ich meine, hier in dem... Verdammt. Hier in dem Raum kann ich ja eh noch nichts finden. Sondern dann gleich erst im nächsten oder übernächsten Raum oder sowas. Mal gucken. So. Und die Münzen da unten werde ich jetzt mal skippen. Das waren auch nur Münzen, habe ich gesehen. Deswegen, ich lasse die nochmal. Und gehe einfach gleich weiter. Und hier. Finden wir etwas. Nämlich dann wahrscheinlich wieder ein Puzzleteil, schätze ich mal. Obwohl ich jetzt mal wieder drauf achten... Alter, bist du fies. Obwohl ich dann gleich mal drauf achten muss, ist, wie viel Detail das jetzt von Puzzle H ist. Weil Puzzle H ist nämlich schon das letzte Puzzle, das es so gibt. Und da oben könnte es sein. Und dementsprechend dürfte es dann vielleicht so sein, dass wir dann... Nachdem wir auch das 24. Teil bei Puzzle H gefunden haben, dass wir dann dort immer in den Extra-Level noch andere Sachen finden können. Denn, wie gesagt, das habe ich auch schon erwähnt. Bei den Minispielen ist es ja so, dass es ja insgesamt drei von diesen Minispielen gibt, die jeweils dann zehn Level haben. Aber wir konnten uns im Laden nur sieben von diesen Leveln kaufen. Und deswegen ist es dann so, dass uns dann da noch auf jeden Fall halt neun Level fehlen, die wir dann noch freispielen müssen. Nämlich acht, neun und zehn von jedem der drei. Und das ist ein bisschen komisch irgendwie, finde ich. Und deswegen vielleicht finde ich dann eben noch diese anderen, weiteren Minispiel-Level dann noch in den zukünftigen Extra-Leveln. Das könnte auf jeden Fall sein, ich weiß noch nicht genau. Mal gucken. So. Weißt du, dann gleich habe ich diesen Weg hier freigespielt, weil ich dort das Wasser weggemacht habe. Genau. Und da oben ist es. So. Und du bist... Puzzle H Teil 23. Okay, alles klar. Das heißt also dann, dass wir noch im nächsten Extra-Level und dann noch im letzten Extra-Level hier von der Strandwelt... So. Äh, dass wir dann dort auch noch ein weiteres Puzzleteil für Puzzle H finden können. Nämlich dann das 24. und somit dann auch das letzte für Puzzle H. Und dann ist es halt, glaube ich, so, dass wir dann alle Puzzleteile gefunden haben. Und dass uns dann dann keine mehr fehlen von denen. Und... Ah, jetzt kommt mal ein Scrolling ab. Schnell, siehst du mal. Okay, alles klar. Ähm, und Soundtracks haben wir übrigens, glaube ich, auch schon mittlerweile alle, die es so gibt. Halt alle freigespielt oder auch alle gekauft oder sowas. Deswegen, da gibt es dann auch keine weiteren mehr für uns. Und deswegen würde es halt dann Sinn machen, dass wir dann in den letzten Extra-Leveln dann noch Minispiele finden können. Halt dort dann noch die Level. Level 8, 9 und 10. Und ja, das würde ja auch Sinn machen, fällt mir gerade auf, weil das würde ja auch aufgehen. Weil jetzt nach diesem Extra-Level fehlen uns ja dann insgesamt noch 9 weitere Extra-Level. Da uns noch 3 Welten fehlen und es gibt immer 3 Extra-Level pro Welt. Deswegen 3x3 macht dann 9, soweit ich weiß. Würde also dann passen. Weil uns fehlen nämlich auch noch dann 9 Level bei den Minispielen. Nämlich halt immer 8, 9 und 10. Und dort dann halt bei den 3 verschiedenen Minispielearten. Und wieder mal macht dann 3x3 genau 9. Und dementsprechend würde es dann auch wirklich perfekt aufgehen, wenn wir jetzt dann in den letzten 9 Extra-Level nach diesem hier, mal eben dann nur noch immer die Minispielevel finden würden. Hm. Ja, da würde ich mal vermuten, dass es dann auch der Fall ist. Und dass wir dann entsprechend die dann dort finden können. Aber wir werden dann schon noch genauer herausfinden. Wir werden es auch noch in diesem Part herausfinden. Da wir ja dann auf jeden Fall in diesem Part noch mit der 6. Welt und dann dort den Extra-Level auf jeden Fall noch anfangen können. Ob wir auch wirklich alle von denen schaffen, alle 3, weiß ich nicht genau. Mal schauen. Aber anfangen können wir auf jeden Fall. Und dann können wir es nachher überprüfen, diese Theorie. Okay. Ich gehe erstmal hier nach oben. Und guck mal, was ich hier so finden kann. Erstmal weitere Münzen. Leider hat ja Peach auch gerade eben nicht ausgeschlagen hier. Oder halt in diesem Bereich hier. Und deswegen dürfte dann hier nichts mega wichtiges sein. Wahrscheinlich sind es nur diese Münzen oder wie. Und das ist meine ganze Belohnung. Ich glaube sogar schon, ehrlich gesagt. Dass ich hier nichts anderes finden kann. Das Gemüt geht mir vor allem ein bisschen auch aus. Weil ich irgendwie nicht so viele Kristalle bekomme. Und das Maß, nur für Münzen alles. Okay, na gut. Aber ich habe dafür wenigstens hier einiges skippen können. Von diesem, wohl halt von diesem Bereich jetzt hier. Wo auch wirklich einige fiese Gegner anscheinend vorkommen. Wieder so ein bisschen Treibsand auch. Deswegen ist dann ganz gut, dass ich das wenigstens dann alles ein bisschen überspringen konnte. Pass also schon. Okay. Dann hier nach oben. Am besten mal einen einzaugen, dass meine Gemützeleiste auch wirklich komplett voll ist. Aber erstmal wieder kurz heilen dann auch. Dass auch meine Herzen voll sind. So. Kann ich bitte euch nehmen. Danke. Und den auch gleich. So. Okay. Alles klar. Und hier geht es weiter. Und jetzt dann gleich können wir etwas finden. Alles klar. Also dürfte dann das so schwer der letzte Raum hier für diesen, oder halt für dieses Level sein. Und wir sehen hier diese lustigen Feuergegner. Die sind jetzt nicht komplett neu, weil die haben wir nämlich davor auch schon mal gesehen. Aber ich glaube, das war halt auch in der vierten Welt oder sowas, glaube ich jetzt mal. Auf jeden Fall nicht hier in der fünften Welt. Da haben wir sie noch nie gesehen. Das ist jetzt auf jeden Fall das erste Mal. Und jetzt habe ich die Dinger hier weggemacht. Okay. Und hier muss ich sogar dann fliegen. Das ist sogar ein bisschen fies. Aber schaffen wir schon. Okay. Yay. Puzzle-Hart-Teil 24. Genau. Das allerletzte Puzzleteil überhaupt, soweit ich weiß. Dann wieder zurück nach oben fliegen und das Level gleich abschließen. Yay. Der Evo ist easy. So. Alles klar. Und dann, wie gesagt, fangen wir auch gleich an mit der Eiswelt, dem Silberführen. Und gucken mal, was wir jetzt dann hier so alles finden können. Denn, wie gesagt, Puzzleteile dürfte es keine mehr geben. Und los geht es dann gleich mit Level 6, 7. Let's go. So, sehr eisig erst mal alles. Und ich kann sogar noch links auch am Anfang laufen. Achso, okay, muss ich sogar. Weil ich nämlich dort den Schalter aktivieren kann, der noch diesen Block da rechts wahrscheinlich weg macht. Genau. Dann komme ich auch gleich weiter. Da kann ich nicht rein, schätze ich mal. Nein? Okay. Jetzt mal vor allem auch erst wieder ein bisschen an die Eisrüstelke gewöhnen, weil ich eben ein bisschen hier entlang rutschen kann teilweise. Und da muss ich ein bisschen aufpassen. Boah, da ist sogar kein fester Boden hier. Sogar ein bisschen fies. Okay. Aber ich habe die trotzdem aktivieren können, die Dinger hier. Ich glaube, ich hätte den Schalter gerade eben übrigens anders aktivieren sollen. Nämlich vielleicht mit dem Schießschirm oder sowas. Das kann vielleicht sein. Keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall auch irgendwie anders gemacht. Aber passt ja auf jeden Fall trotzdem. So, und dann brauche ich hier wieder mal dann den Rumschirm, um dann mir diesen komischen Ball da rumzuholen. Er muss aber schon in meine Richtung übrigens auch plumpsen. Ich weiß nicht genau, ob man das bestimmen kann, in welche Richtung jetzt das Ding da plumpst oder ob das einfach irgendwie zufällig ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich hatte ja jetzt da jetzt ein bisschen mehr Pech da, als auch zweimal nach links wieder gehüpft ist. Und ich weiß echt nicht, ob das irgendwie bestimmen kann, ob es zufällig ist. Keine Ahnung. Ich will mal vermuten, dass es zufällig ist. Aber sicher bin ich mir auf jeden Fall nicht. Kein Fall. Naja. Ich sage hier auch schön entlangsliden. Wunderbar. Und wieder so ein lustiger Ball hier. Oh Gott. Du bist sehr im Weg übrigens, meine liebe Piranha-Pflanze. So. Und weiterer Kristall. Und nach oben. Okay, alles klar. Dann hätte ich jetzt natürlich auch wieder dann irgendwie nach oben fliegen können oder sowas, aber mit dem Ball ist dann doch besser, weil ich dann dadurch eben auch ein bisschen Gebütt sparen konnte. Wee. Jetzt hier schön entlangrutschen. Wee. Und einfach alle Gegner ignorieren. Aber jetzt haben wir doch kurz wieder fliegen hier. Okay. Wee. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Yay. Und dann kommt vielleicht gleich schon das Ende. Ja, scheint so. Und wieder mal sowas Lustiges hier. Also irgendwie sowas machen sie ganz gerne. Auf jeden Fall. Dass man jetzt solche tausenden Schluchten hat, wo man dann irgendwie reinfallen muss. Das sind ja mega viele. Ach du Scheiße. Um Gottes Willen. Ah. Und da sind Minispiele. Siehst du mal. Ja, ich fang mal von rechts diesmal an. Weil vielleicht ist ja so, dass es dann eher rechts irgendwie zu finden ist. Aber ja, das sind jetzt ein paar viele. Auf jeden Fall. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber leider müssen wir halt jetzt da dann auch die meisten von denen erkunden, bis ich halt auf jeden Fall den Weg zu den Minispielen gefunden habe. Oder halt den richtigen Weg. Wo bin ich jetzt? War schon richtig. Kann ich zu den Minispielen jetzt noch? Nein. Okay. Also das ist zwar an sich der richtige Weg. Der zweite von rechts einfach. Aber zu den Minispielen komme ich dann nicht. Dann gehe ich ja... Oder manchmal sollte man jetzt dann eher auf die linke Seite gehen und dann mal von dort anfangen. Weil wenn rechts der richtige Weg war, dann würde ich mal vermuten, dass dann die Minispiele eher etwas weiter links zu finden sind. Weil ich nicht glaube, dass sie jetzt dann gleich beide richtigen Röhren quasi einmal die Röhre halt für den richtigen Weg und die für die Minispiele. Weil ich nicht glaube, dass sie die so nah beieinander packen würden. Sondern eher ein bisschen weiter weg. Deswegen fange ich dann jetzt mal von links hier wieder an. Und gucke mal, ob mich dann das irgendwie bald zum Ziel führen wird. Wie gesagt, das tut mir jetzt leid, das ist nicht so ganz spannend hier. Ja, auf jeden Fall, weil ich sie halt sowas ganz gerne machen. Weil es halt wirklich enorm viele Wege hier sind. Das dürfte bisher das größte Labyrinth dieser Art sein, das wir ja gesehen... Das wollte ich jetzt nicht. Dürfte bisher das größte Labyrinth dieser Art gewesen sein, das wir gesehen haben. Weil es sind schon wirklich verdammt viele Wege, die ich entlang gehen kann. So. Jetzt mal kurz gucken. Wir haben schon den ersten und zweiten, den dritten. Haben wir den auch schon? Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt habe ich es vergessen. Ich mache halt den dritten nicht, weil ich glaube, den haben wir auch schon da. Aber ich weiß nicht, dass ich nichts finden soll, wenn ich dann nochmal zum dritten entlang gucken. So, das war jetzt gerade der vierte. So. Jetzt mal gleich wieder schön zählen erstmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Ist wie gesagt leider ein bisschen nervig, aber ich kann auch nichts dagegen machen. So, das war es auch nicht. Nein. Okay. Dann ist dann gleich zum sechsten hingehen. Das ist nämlich... Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der hier. Und? Immer noch nicht. Ja, ich hätte doch bei rechts bleiben sollen, ehrlich gesagt. Da waren wir gerade eben schon. Dann jetzt hier eins rechts von dieser mittleren Röhre, wo ich mal rauskomme. Das ist es auch nicht. Ja, ich hätte auf jeden Fall auf der rechten Seite bleiben sollen, weil dann doch meine Theorie nicht stimmte. Und weil dann doch die beiden richtigen Röhren beide auf der rechten Seite zu finden waren. Anscheinend. Also halt einerseits die komplett richtige, aber auch die, die mich eben zum Minispiel führt. Ja, die vielleicht jetzt. Nein. Warte mal kurz. Oder ist es doch so, dass ich den dritten Weg verpasst habe und dass ich da jetzt doch nicht drin war? Warte mal kurz. Und dass dann doch das der Richtige ist, weil das kann ich fast nicht glauben ansonsten. Ah. Äh, 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 Quatsch doch nicht. Okay, ich dachte jetzt, würde ich mich da hinführen, aber die doch nicht. Vergessen es. Okay, dann muss ich doch einfach hier weiter gucken. Hm. Nee, oder mache ich irgendwas falsch? Ist es vielleicht so, dass ich bei einer von diesen oberen Röhren reingehen kann? Nee, oder das wäre auch ein bisschen fies. Das glaube ich nicht. Ähm, ich meine, das ist jetzt schon der letzte Weg, den man noch übrig bleibt, oder? Ich glaube schon. Äh, jetzt bin ich verwirrt. Muss ich zugeben. Wie komme ich zu den Minispielen? Oder ist es so, dass ich da einfach ganz lame hochfliegen kann? Warte mal. Nee, oder? Da ist schon eine Wand im Weg. Ähm. Da ist eine Wand leider. Ja, ich muss schon die richtige Röhre finden, auf jeden Fall. Ähm. Ja, das tut mir jetzt, wie gesagt, ein bisschen leid, dass wir jetzt hier ein bisschen dran hängen. Aber ich bin jetzt irgendwie zu doof, den Weg zu finden. Ich dachte, ich wäre jetzt jeden Weg dann schon mindestens einmal entlang gelaufen. Aber vielleicht auch doch nicht. Oder es ist doch so, dass ich halt in eine von den oberen Röhren rein muss. Ich werde es mal kurz austesten, ne? Ich werde auch kurz gucken, ob ich in irgendeine von diesen oberen Röhren reingehen kann. Und wenn auch nicht, dann werde ich mal vielleicht dann hier schneiden, gleich. Boah, ist das fies. Das ist ja richtig fies, hä. Das ist richtig fies. Okay. Totsprung Level 8. Na gut. Puh. Das war jetzt echt gemein, finde ich. Aber okay. Jetzt wieder den richtigen Weg entlang. Das war jetzt auf jeden Fall das extra Level, wo wir jetzt am längsten drin waren. Alleine wegen diesem letzten blöden Raum halt hier. Aber andererseits ist ja auch eigentlich eine ganz coole Idee und ein ganz cooles Rätsel, dass man da drauf kommen muss, auch die oberen Röhren zu checken. Deswegen ist schon ganz cool so. Okay. So. Und. Ja, verdammt. Egal. Yay. So. Will ich dann noch ein Level vielleicht machen? Eines machen wir mal noch. Aber das letzte machen wir jetzt dann nicht mehr, da jetzt dann das eine Level gerade eben uns dann doch ein bisschen länger aufgehalten hat, als ich dachte. Deswegen, dass wir jetzt dann gleich das letzte Level hier aus diesem Part werden, dieses hier. Und wir haben hier ständig ändernde, sich ändernde Windrichtung. Okay. Man kann dann wenigstens immer schön den Wind versuchen auszunutzen, wenn ich dann gerade Rückenwind haben, dann schnell nach vorne sausen. Ui. Ui. Sehr schön. Und schöne Schluchten mal rein springen, ist auch ganz gut. Ne, ist aber eigentlich eher vermeiden, aber ich will halt schnell vorankommen. Und da ist halt dann manchmal so, dass ich halt dann einfach, wenn ich den Spiel hier ausnutzen will, dass ich halt dann aus Versehen in Schluchten reinschampele. Aber was soll ist? Ui. Okay. Und Musikeränderung? Aha. Nämlich wegen einem Unterwasserabschnitt. Alles klar. Wo ich dann auch wieder mal versuchen werde, den Gegnern eher auszuweichen, als sie tatsächlich anzugreifen, weil ich eben keinen Bock habe, da ins Mikro zu boosten oder sowas. Weil es eh auch manchmal einfach so passiert, wenn ich dann einfach etwas lauter spreche oder so. Aber ich lasse dann mal. Wird einfach hier versuchen, dann schön auszuweichen. Und hier bitte den Kugelwies da unten mitzuschwimmen, so ein bisschen. Ja, genau. Das ist ganz witzig. Wir können ja versuchen, die ganze Zeit im Bildschirm zu lassen irgendwie. Kommt da jetzt noch mehr? Kommt sogar noch mehr, ja? Jetzt haben wir hier einige Gegner im Bildschirm hier. Das finde ich witzig. Es ist gar nicht mal einfach, jetzt die in allen auszuweichen. Da sind jetzt doch wirklich schon einige Gegner hier geworden. Aber ich glaube, der Abschnitt dürfte dann eh gleich wieder enden. Und hier sind noch so ein paar Stacheldinger hier einfach so. Okay. Ich muss mal kurz jetzt meine Freunde hier vorlassen. Ich kann dann gleich wieder aufholen, aber da ist eh schon das Ende. Okay. So. Und hier ist dann auch schon gleich etwas. So. Und hoffentlich ist es hier wieder nicht so labyrinterartig und ich werde nicht wieder 100 Jahre brauchen, um dann dort den richtigen Weg zu finden. Mal gucken. Erstmal hier alles wegschmelzen. Die standen gerade sehr nah beieinander sogar, diese Eisblöcke hier. Aber okay. Und wo ist jetzt dann hier gleich was zu finden? Ist die Frage. Ist aber schon auch wieder so minimal-labyrinth-mäßig aufgebaut. Da ich mich immer dann für die richtige Leiter hier entscheiden muss. So. Bam. Ich höre das Ziel schon und ich sehe es jetzt auch. Aber wo ist dann ein Versteck? Das sieht doch ganz gut aus. Würde ich mal behaupten. Ja. Yay. Weitere Minispiele. Oder weitere Level. Und zwar Level 8 für Toad Träger. Okay. Also hier finde ich dann alle Level 8 Dinger. Dann in Welt 7 finde ich alle Level 9 Dinger. Und in Welt 8 finde ich alle Level 10 Dinger. Schätze ich mal. So. Und das war's. Yay. Gut. Dann würde ich also erstmal sagen, Leute. Was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Super Princess Peach. Beim nächsten Mal kommen dann noch die letzten paar extra Level, die uns jetzt hier noch fehlen. Genauer gesagt noch das letzte hier aus dem Silberfirn. Und dann auch noch die anderen extra Level aus Welt 7 und auch aus Welt 8. Mal gucken, ob ich dann dort auch wieder an einem extra Level auch ein bisschen länger hängen werde, wie halt hier dann bei extra Level 6, 7. Mal schauen. Und nach den extra Leveln kommen dann auch schon nicht mehr so viele Parts. Danach dann vielleicht noch zwei weitere Parts oder sowas. Ein Part, wo wir uns dann wirklich nur rein diese ganzen Minispiele angucken. Die werden glaube ich wirklich einen kompletten Part füllen, das da eben von jedem 10 Level gibt. Und dann insgesamt sind es 30 Level. Also schon einiges gibt es da für uns zu tun. Und dann müssen wir nochmal einen weiteren Part geben, wo ich dann nochmal alles andere zeige. Wo wir halt noch die Puzzle machen werden. Wo wir uns auch das Losar angucken werden und sowas. Also wird dann nicht mehr so viele Parts geben. Vielleicht dann jetzt noch drei weitere. Würde ich schätzen. Das würde ganz gut passen vielleicht. Aber werden wir dann schon noch alles genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich euch dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut. Das ist dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.